Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Ja, was wollten wir hauptsächlich machen? Also ja, hier unsere Müllhalde ausgraben. Oh, wir werden ja auch noch belagert. Habe ich total vergessen. Ah, ich weiß nicht mal, ob hier drin Elfen sind. Also, werde ich mal kurz den Lever pullen. Wobei, äh, nicht gut. Canceln. Lassen wir einfach erstmal die Zeit weiterlaufen. Die Elfen stehen da rum. Die Goblins laufen da rum. Die Elfen stehen da rum. Hm. Was macht unser Tempel? Der wird langsam. Also, ich smoothen ihn, dann engrave ich ihn. Und dann wird er eingerichtet. Figurin, so ein Schilde. Haben wir nicht sogar einen Auftrag mit Schilden? Nö. Amor, iron, shield. Gut. 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 Meine Fischer versuchen zu fischen. Oh, hat er was gefangen? Nö, er geht jetzt einfach trinken. Was machen denn meine beiden Items in Stockpile Stone? Okay. So, das ist schon mal soweit. Dann wird jetzt engraved. Okay. 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 Gut, ich könnte eigentlich die Hauptbrücke mal aufmachen. Für den Fall, dass da wirklich... noch Elfen eingesperrt sind. Und ich könnte einfach den Bereich hier fluten. Wird mir grad so auf. Also mit Wasser füllen. Okay. 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 Ja. Und es ist grad irgendwie ruhig. Okay. 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 Was ist mit dir los, du hast Trouble Breathing. Oh, du hast eine Infektion. Hm. Ah, Slow to Heal. Und ja, ich sollte mal wieder Leute sein. Versuchen. Eins, zwei, drei, acht, neun. Und ja. Ein Soldat. Sollten wir hinkriegen. Das ist ein Position 6. Gucken wir mal, finden wir einen. Adequat Maxed Worth. Not Maxed Worth, not Maxed Worth. Not, not, not. Not, not, not. Not, not, not. ein glückwunsch an den länderwerker so suchen wir den einfach gleich mal wo versteckt sich der lederwerker karbinder stonewalker animal caretaker das ist mit dem trapper eigentlich nö also den habe ich zugewiesen tecote mengen tun wir mal nach namen sortieren das ist dann einfacher lm und bis jetzt ein x und kriegst ein quarter gucken wir mal hier bin ich falsch ich muss hoch in die kaserne natürlich hier unten schlafen die soldiers genau da oben der arzt und der messenger das finde ich übrigens auch doof dass man nicht sehen kann also nicht zu der person springen kann die da assigned ist wenn ich jetzt nach mammuts gucke ich habe noch nach namen sortiert mammuts gut du bist ein soldier okay du darfst da pennen bleiben doch messenger soldier soldier und das blöde ich kann das noch nicht größer ziehen oder einfach drüber hauern dass man das ganze sieht das ist noch ein bisschen schade aber ja da unten ist ein zimmer für ein soldier frei xboy 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 leader xbox was ist mit image ist auch ein expo okay expo leader expo 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 mein toller messenger die sind quarter ja tut mir leid aber da muss ich den messenger da rausschmeißen also den dock will ich da drüben haben und hier will ich den neuen expo haben das war tecud mal sehen finde ich ihn ich kann hier auch nicht nach namen sortieren was auch du bist da ist tecud so jetzt hat der wesens schon mal so jetzt die position ist sein not a spear dwarf adäquat spear dwarf not 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 tja dann bist du eben jetzt unser spiel dwarf so das wärst du unser soldier so dann nehmen wir dir mal einfach das zimmer weg gehen hier hoch und geben es dir hier sie breck müssen auch ziemlich unten sein oder und ganz ehrlich unseren messenger packen wir hier hin was mich aber dazu bringt dass sobald die kirche fertig ist und der ist nothing to catch in den northwestern swamps und wir brauchen kohle das finde ich übrigens interessant warum buddeln die hier nicht weiter na gut gehen wir schon mal die nächsten zehn zimmer in auftrag zimmer 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 zimmer